Wir sind heute live hier mit einem altbekannten Star. Er stellt sich selber kurz vor. Ich habe seinen Namen schon wieder, den Nachnamen leider kann ich schwer nicht aussprechen. Er ist Gunther Mokulüs und ich habe ihn hier getroffen an der Kaiserwille im Gedächtniskirche und er hat mir versprochen, dass er mir jetzt ein paar satte Tricks zeigen will. Alles klar, leg los Gunther! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Das war Gunther Mokulüs, live an der Kaiserwille im Gedächtniskirche. Vielen Dank!